Kaum nimmt die Seelen hier. Oder ich renne hin, vielleicht renne ich auch einfach mal hin. Komm noch einmal, man. Noch einmal, Alter. Los, nimm die Scheiß Heilung hier. Oh, los, Mann. Ey, ganz ehrlich, Alter. Ah, Alter, ist das behindert? Das ist so behindert, ey, ganz ehrlich. So, komm jetzt noch mal so ein hässliches Drecksviecher, weil es noch nicht reicht, Mann. Nicht runterfallen, Mann. Scheiße, wir sind bloß hier oben. Fuck. So ein Mist, ey. Ich habe gedacht, dass wir wenigstens hier... Irgendwie eine Abkürzung zum Boss oder so finden, aber wir haben ja jetzt überhaupt nichts cooles gefunden, ne? Scheiße. So ein Kack. Ich glaube, ich versuche den jetzt einfach mal, wenn ich da jetzt nochmal hinkomme ohne Probleme. Versuche ich den einfach. Ich habe zwar nicht genug Leben, habe auch schon so viele Flakons verloren. Aber wir spawnen dann eh wieder bei der Base. Auch wenn ich jetzt wieder Marken verliere, das ist dann... Oh nein, jetzt kommt bestimmt wieder dieser hässliche Ritter da unten. Bestimmt wieder ein hässlicher Ritter. Oder ich versuche die Truhe hier nochmal. Versuche ich die Truhe mal. Ja. Ja. Das war eine schlaue Idee, Panne. War eine echt schlaue Idee, glaube ich. Mann, wie sie ihn doch an, Alter. Ich verstehe es nicht. Ja, Junge. Hör auf zu heulen, ey. 2000. Foliant des Abgrunds. Was ist denn Foliant des Abgrunds? Warte mal. Wunder des Abgrunds lernen. Mhm. Ist bestimmt sinnvoll. Nur, dass wir schon wieder fast tot sind. Das ist bestimmt auch sinnvoll. Das ist bestimmt alles sehr sinnvoll immer hier. Oh nein, ich höre den Dicken schon wieder. Nein, 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 nein. Ich will nicht nochmal gegen den Fetten kämpfen. Ich muss hier jedes Mal an den vorbei, oder was? Ist doch auch total behindert. Jedes Mal muss ich an den vorbei. Ist doch scheiße. Oh Mann, wir werden sich ja mal nicht verrecken, Leute. Wir werden so eiskalt versagen. Ist immer noch nicht da. Ich habe gedacht, der ist fertig. Das Blöde ist, ich glaube der Typ folgt uns, wenn wir da rausrennen. Das ist das Problem. Der Typ wird uns einfach folgen. Das heißt, wir stehen mit dem Typen dann vorm Boss, so wie es halt immer geil ist. Schön. Sackgasse. Da läuft jetzt Patrouille, der Pisser? Ernsthaft? Lass mich. Lass mich. Lass mich. Komm, 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 komm. Vielleicht kommt er ja doch nicht hier mit lang. Nein, bleibt doch da. Oh, er kommt tatsächlich. Warum kommt der Typ? Alter. Ja. 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 Das ist so geil. Ich glaube, ich muss da gleich durchrennen, Leute. glaube ich. Ich darf da gar nicht erst so lange warten. Ich muss da gleich durchrennen. Die kleinen Viecher muss ich dann hier töten. Was mich ankotzt ist, dass ich jedes Mal an diesem Fetten hier vorbei muss. Das ist das, was mich ankotzt. Das ist das, was mich ankotzt. Weil da verlierst du schon so viel Leben. Und hast du nichts erreicht. Ich glaube, dass wir, ey, wir werden hier unsere ganzen Punkte, die wir jetzt gehabt haben, 7.000, 8.000, werden wir alle verlieren. Das sind zwar nicht übertrieben viele, aber trotzdem sehe ich das immer so. Ich habe jetzt so lange gespielt. 30 Minuten. Und also, also ja, nicht 30 Minuten jetzt so, aber so lange wie ich jetzt allgemein schon spiele. Und das muss ich alles nochmal spielen quasi, weil ohne den Punkten bringt dir das überhaupt nichts. Die Punkte sind hier das Wichtigste. Wenn die Punkte nicht hast, dann kannst du überhaupt nichts machen. Deswegen die Punkte sind eigentlich mir das Wichtigste. Komm, 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 komm. Los, Panne, steh doch auf, Mann. Oh, er trifft mich auch 100.000 Kilometer jedes Mal. Oh, das ist so was, was mich nervt, ey. Wenn du machen kannst, was du willst und immer getroffen wirst, ey. Es ist so nervig, Mann. Jetzt müssen wir irgendwie hier durchkommen. Ich renne einfach durch. Ich renne einfach nur durch. Vielleicht peilen mich die anderen auch gar nicht. Kommt da gerade? Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Sieht gut aus, Leute. Puh, wir haben es tatsächlich geschafft. Was kommt hier jetzt? Ja, Mann. Eigentlich sind wir schnell beim Boss. Bloß an dem Anfangstyp jeder vorbei, weißt du, ohne Schaden zu kriegen. Das ist scheiße. Hier sind meine Seelen. Wo geht's hier hin? Boah, ich sei nochmal so ein Viech. Alles klar, wie wir sind denn hier? Kann man die überhaupt kaputt machen? Gute Frage, ne? Kann man die überhaupt besiegen? Vielleicht, äh, vielleicht... Man, ey. Vielleicht kann ich jetzt auch von der Seite hier irgendwo noch ein Leuchtfeuer finden. Oder hätte es wieder so ein Scheiß. Scheiße. Ich geh einfach mal hier runter. Abkürzung? Ja. Abkürzung. Komm, es muss eine Abkürzung sein. Oder was auch immer. Aber das hier könnte eine Abkürzung sein. Wenn ich die Tür aufmache? Was gibt's hier? Ah, hier haben wir die Abkürzung. Oh, ist das geil, Leute. Ist das geil, wir haben es echt geschafft. Wir haben eine scheiß Abkürzung gefunden. Wir gehen mal hier weiter. Wir gehen mal... Warte mal. Hier können wir hoch und hier sind wir... Wo geht's denn hier lang? Hier kommt ein fetter Aufzug. Auf jeden Fall könnten wir jetzt mal so einen fetten probieren. Erst muss ich wieder diesen scheiß Ritter hier töten, diesen hässlichen. Jetzt hier lang? Achso, das ist jetzt... Ah, okay. Jetzt blicke ich durch. Das ist auch wieder eine Abkürzung hier. Da hinten die Tür oder der Rahmen hier. Der könnte verdächtig sein. Oder auch nicht. Ich möchte einmal einen Geheimgang finden. Einmal, der nicht offensichtlich ist. Ja. Es gibt ja solche, bloß die sind meistens immer sehr offensichtlich. Und ich möchte einmal einen finden, wo man nicht vorher schon sagt, hey komm, da ist was. Oh, der Typ hat sogar ein Haustier dabei. Oder ich teste ihn, check hier mal. Eigentlich fast am einfachsten, ne? Gibt's hier sonst noch irgendwas? Oh, der ist aber verdammt groß, der Typ, ey. Der macht mich bestimmt platt. Eiskalt. Nicht, dass mir das wahrscheinlich irgendwas bringen würde, den Platz zu machen. Schaut irgendwie nicht ganz so aus, ne? Aber ich glaube, ich versuch's trotzdem. Ähm. Oh, ja, Mann. Wie das eben bedingt, dass, dass du die manchmal nicht triffst, das ist auch so behindert. So, Leute, ich schleiche mich erstmal hier außen lang und dann geh ich da hinten so rein. Oh, fuck. Lauf doch schneller, warum läufst du nicht schneller, Mann? Pane, warum machst du schon wieder so ne Scheiße? Ich muss den irgendwie rauslocken, oder? Vielleicht kann er in dem Sud hier nicht schnell laufen, das ist die Scheiße. Boah, da liegt richtig viel Zeug hier. Das Blöde ist halt, dass ich da echt schlecht hinkomme, ja. Ich kann mich in dem Scheiß Sud da gar nicht bewegen. So, den haben wir auch. Hallo. Ah. Komm halt her. Ah, der schaut so verdammt geil aus, aber. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ich hab Angst, Leute, ich will doch eigentlich gar nicht. Oh, Scheiße, jetzt kommt er. Nein, bleib hier. Bleib doch hier. Alles klar, ey, Mann, diese Drecksviecher. Über diese Stachelfiecher, das ist auch sowas, was mich nervt hier. Komm, hau nochmal mit deinem Kopf. Mit deinem Kopf hauen, Mann. Mit deinem Kopf, verdammt. Ja. Wo sind die Füße? Oh, Mann. Oh, Mann. Der wirkt jetzt eigentlich gar nicht so schwer, der Typ. Was haben wir? Nice. Boah, 4000 gibt der. Geil. Oh, machs Koch, kann nicht treten, Mann. Oh, diese Treppe sehe ich gerade. Diese Scheißdinger hier, die regen mich so auf. Aber er war ganz easy eigentlich, muss man sagen. Ja, er war nicht schwer. War eigentlich total simpel. Also toll, 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 ja. Muss man auch dazu sagen. Überrestepläne, sowas haben wir hier. Drangstiefel. Große Tiranietscherbe. Jaucheküchlein. Hm, jaucheküchlein. Hm, lecker. Guck mal ganz kurz nach den Stiefelchen, ob die mir was bringen. Katharina kann maschen, bin ich falsch. Äh, hä? Warte mal, das war kein, das waren keine... Ach, das ist noch so ein Vieh? Das waren, glaube ich, gar keine Stiefel an Sicht. Das war irgendein Gegenstand. Also keine Klamotten. So wie es aussieht. Hör mal, ob wir die Stiefelchen hier irgendwo haben. Schwer, so ein komisches Drecksvieh hier irgendwo. Oh, Mann. Wie viel kommen denn von den Dingern hier noch, Alter? Oh, lad nach. So, zwei Schläge noch. Bereiche das jetzt, Mann? Was sind denn die Stiefel, die wir da gekriegt haben? Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Das wird nicht einfacher, Leute. Das wird nicht einfacher. So, wir sammeln erstmal ganz kurz ein- und gehen hier raus, glaube ich. Ich glaube, das ist gescheiter. Drangrüstung. Okay. Vielleicht ist die gut, aber die ist wahrscheinlich wieder arschschwer. Drangstülpen. So. Aber für die Punkte hier lohnt es sich eigentlich, muss man sagen. Große Seele. Mal ein bisschen eintauschen. Und eine bleiche Zunge. Wozu ist die bleiche Zunge, Leute? Vielleicht habt ihr ja auch nochmal einen Tipp. Bleiche Zunge, für was hier gut ist. Drang-Doppelhammer. Mhm. Ich verspür den Drang, doppel zu hammern. Warte mal, gehen wir jetzt mal hier hoch. Alles klar, Safety first. Wir sind Safety. Dann gucken wir mal hier. Helmchen. Drang. Haben wir kein Helmchen gefunden? Haben wir nur halbwegs gefunden, ja. Okay, ich würde unsere Belastung runter setzen und Gewichtsverhältnis. Würde uns aber trotzdem allgemein so sehr verschlechtern. Deswegen können wir das glaube ich erstmal ein bisschen lassen. Die Drangstuhlpen sind wo? Hier oben? Würde uns auch vom Gewicht her runter, oder von der Belastung runterbringen. Da war eigentlich auch scheiße, ne. Manche Schuhe haben wir ja gar nicht. Die Schuhe, die ich gesucht habe. Aber doch hier, Drangstiefel. Ah, okay. Jetzt Drangstiefelchen. Magie, gut. Falls wir mal irgendwie Resistenzen oder so brauchen, kann man sich das auf jeden Fall mal merken. Wo kommen wir jetzt hier lang? Wo kommen wir jetzt hier lang? Oder wo kommen wir hier raus? Was ist denn das schon mehr für ein fettes Viech? Was ist denn hier hinten? Ein Leuchtfeuer? Ich glaube nicht. Wäre nicht so nah an den Gegnern dran, ne. Oh, dieser Fette da hinten, der... Schon wieder Angst. Der Fette da hinten, der haut bestimmt wieder richtig rein. Aber jetzt sind wir hier. Äh? Oh nein, nicht er schon wieder. Komm her. Der Typ kommt bestimmt noch näher. Komm. Komm halt her. Du Mistviech. Ich meine, die Kleinen sind mittlerweile echt schnell down. Nur die Großen sind halt scheiße. Ja, hat er mal voll was gebracht, würde ich sagen. Rennen, 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 rennen. Ah, dieser scheiß Zauberer. Der ist freudig. Mann. Jetzt kommen wir hier auch wieder nicht weg. Aja! Upp! 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 Mann, wie mich es ankotzt. Hau doch zu, Mann. Geht doch, Mann. Was ist das für ein hässlicher Zauber, was das Viech immer wirkt? Jetzt müssen wir das Magerviech noch umhauen und dann haben wir die Dicken da hinten noch. Wenn es wahrscheinlich jemalig ein paar Prügeln wird. Okay, er peilt uns erstmal nicht. Aber er wird uns peilen. Ich lauf einfach mal außen rum erstmal. Glut. Ah, die Umgebung hier ist schon krass, ey. Die laucht mich ganz schön aus. Muss ich sagen. Die Umgebung hier laucht mich ganz schön aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wo geht es hier hin? Vielleicht nochmal eine Abkürzung. Aber ich glaube, eine großartige Abkürzung war gar nicht mehr da. Wir fahren trotzdem mal hier hoch. Gucken mal, was abgeht. Oh. Ah. Wo wären wir hier jetzt? Oh, hier ist bestimmt ein Boss, Leute. Aber ich gehe noch nicht rein. Noch nicht reingehen. Nicht reingehen. Ah. 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 Auch wieder eine Abkürzung hier. Wunderbar. Cool. Haben wir das auch schon wieder? Passt. So, was haben wir hier hinten? Mal ein Glüschen. Duell-Amulett. Duell-Amulett. Gucken wir uns mal an, wenn wir das hier finden in dem Chaos. Was ist der Scheiß? Ich hätte ja fast gesagt, hier irgendwo. Aber so wie es scheint nicht. Dann gucken wir mal ganz nochmal hier bei unseren Sachen. Oh. Ich habe Angst, dass hier irgendwie so ein Viech ist. Nein, Mann. Wo war man das Zeug hier? Hier muss das sein, wenn man... Oder sollte es sein. Ja, es ist natürlich nicht da. Ah. Es ist so schlimm, wenn man nicht weiß, wo die Klamotten, wo das Zeug dann liegt. Ey. Das ist so nervig, Alter. Ach komm, scheiß drauf. So, gut. Machen wir weiter. Da haben wir die Abkürzung freigeschaltet. Hier können wir... Wo steht denn das Viech jetzt? Wir kommen mal wieder runter. Würde ich sagen, rennen wir hier drüben wieder rüber. Würde ich jetzt mal sagen. Also die Abkürzung... Ist gut, dass wir eine Abkürzung haben. Aber es ist wirklich sinnvoll, dass die Abkürzung auch nicht. Weil ich jetzt ja fast länger brauche, um hierher zu rennen und diese Abkürzung zu nehmen, als wenn ich hier den altbekannten Weg nehme. Ja.